Ich werde jetzt mal folgendes probieren. Ich werde den Schwierigkeitsgrad einer Stufe erhöhen und mit der Geschichte fortfahren. Ich werde jetzt Jerusalem machen. Ich mache eine öffentliche Lobby. Ich probiere mal, ob man das schön chronologisch der Reihe nachspielen kann, sonst werde ich dann rausgehen. Weil gestern ist mir aufgefallen, dass man hin und wieder der Host war und dann hat man die Krone, blöd gesagt, verloren. Ich werde aber jetzt mal schauen, ob ich die Krone behalten kann. Ich werde versuchen, das Tempo ein klein wenig zu erhöhen. Also nicht viel, aber ich muss mal schauen, wenn die einfach nur durchrennen, breche ich ab oder ja. Ich weiss es noch nicht, wie ich das mache. Also jetzt sind wir bei der dritten Etappe. Technische Unterschützung. Die RAAM-Basis, die auf keiner Karte verzeichnet ist, ist die Kommandozentrale für ein geheimes Satellitenabwehrsystem. Als der Virus sich ausbreitete, wurde die Basis vom Netz genommen. Aber wenn Greengold hineinkommen könnte, kann er die Waffe vielleicht aktivieren. Weisst, da sind wir ja bei der Tankstelle geflüchtet. Ich weiss jetzt nicht, ob ich hier wirklich eine neue Klasse beginnen will. Ja doch, komm, ich mach eine neue Klasse. Du beginnst mit einer Stimmpistole, einer Compact-MP und einem kostenlosen Verbandskasten. Wenn du einen Verbandkasten bei einem Teammitglied benutzt, werden 25% des Effekts auch auf dich angewandt. Verbandkasten regenerieren 10% mehr, Grundwehr 70%. Also, ich werde jetzt einfach mal probieren. Weil zum einen, muss ich sagen, ist halt mit echten Menschen zu spielen viel lustiger eigentlich. Ja, okay, das hier ist jetzt halt nicht so ganz, wie ich das wollte. Das heisst, die sind jetzt schon fast in der Mitte oder Ende Mission. Ja, das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist schade, dass man das nicht schön der Reihe nach von Anfang an spielen kann. Okay, da hinten ist irgends ein Schreiehals. Hä? Ach, ich habe die Klasse nicht gewechselt. Schade. Ich wollte ja Arzt eigentlich als Arzt rein. Ach, ich hoffe, Moment. Okay. Ich treme die Sch institutionalen. Dann sage ich die Schreiehals. Ja, das kann man nicht schön der Reihe nachmachen, ne? Das ist echt ein bisschen schade. Okay, it's working. I'm reloading! Das wird schon ein bisschen merkwürdig, wenn man da schön von Anfang an spielen muss. Ich meine, geschichtmässig ist das schon nicht so heftig, aber einmal möchte ich das schon mal richtig erleben. Das ist auch ein bisschen schade. Das ist ja auch ein bisschen schade. Schuss, hier sie kommen! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, das sind alle. Ich höre ein Lurker. Ich höre ein Lurker. Ich höre ein Lurker. Warum habe ich denn eine MP? Was bin ich denn jetzt für eine Klasse? Ah, Revolverheld, genau. Ich höre ein Lurker. Wenn du mich hörst, wir brauchen die Evac. Jetzt. Alpha, ich höre dir. Thick, fuck. Defensiviert, auf der Linie. Auf der Lurker. Alpha, ich bin inbound. Auf der Lurker. 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 Ein bisschen Maschinen des Pre espertId. Aber ich habe es probiert. Irgendwie funktioniert das nicht gut. Ich weiss nicht, ob man das im rechten Augenblick machen muss, oder... keine Ahnung. Hä? Heisst das, der hat jetzt die Lücke geöffnet, dass ich da runterfalle, oder was? Sieg incoming! Ja, der hat das gemacht, der hat gar nicht geschaut, ob ich da unten stehe. Mega sehr freund. Also ich weiss nicht, manchmal, keine Ahnung. Ich weiss nicht. Wo ist denn der andere, da? Ja, ich bin. Klaus, Tate! Coming up! One after another! Ich losse! Also ich gehe nicht mehr da und wenn er wieder die Lücke öffnet, oh scheisse, da kann es immer was auf uns zu tun. Ich habe sie mit Ressorten, ich werde es nicht verraten. Ich bin auf der BASEN. Ich bin auf der BASEN. Sie sind auf der BASEN. Wer ist auf der BASEN? Grinko, wie lange ihr braucht? Holy SHIT! Oh, Mann! Oh Gott, das ist ein Schiff. Das war jetzt nur auf normal mit drei Leiten. Manchmal ist das sehr, sehr, sehr chaotisch, muss ich zugeben. Ich lasse das mal. Das heisst, drei EP hätte ich jetzt noch gebraucht. Dann hätte ich das upgraden können. Also die spielen anscheinend kreuz und quer hier oder was? Aber warte mal, dann könnte ich eigentlich ja da... Mach doch da die wöchentliche, probiere ich doch noch. Ah nein, wöchentliche habe ich auch. Tägliche, genau. Jetzt weiss ich aber nicht, schnelles Spiel, normales. Moment mal, ich hatte doch vorher eine Waffe, die ich noch hätte upgraden können. An dieser hier. Und da warte ich doch noch eine andere. Ach, diese, okay, die kann ich jetzt nicht. Warte mal. Begrenzte Reichweite bei einer Distanz über 50 Meter. Verursachen Schusswaffen keinen Schaden. Du wirst in dieser Mission keine Ausrüstungtaschen finden. Aber deine Ausrüstung wird kontinuierlich wieder aufgefüllt. Okay. Ja gut, dann starte ich mal. Also wenn man mal alles gesehen hat, ist das glaube ich... Spielt das nachher keine Rolle mehr, welche Reihenfolge man da spielt. Dann ist man ja eigentlich froh, wenn man einfach hochleveln kann, denke ich mal. Gib mir etwas gut. Und dann sind du ja noch auf das Sport. Du wirst in der Brüse wie in der Brüse wie in der Brüse wie in der Brüse. Da ist das, und denke ich noch. Ach, bleib bei dir. We are here, rescue leader. Moving out. We need you to stay cross. We are not moving without your protection. We are going to see what there is. Nix, huh? You are in my world now! They're breaking through! Please help! Take down their hazmat! Hey! Watch yourselves! Somebody take over! There's more to me! Hey, now I'm probably going to be dead. Hey, now I'm probably going to be dead. I'm probably going to be dead. Hey! 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 Take a look go for headshots You those damn chance Stop that Riko Riko's dead What are you doing? They're breaking in Machine gun in place I have a defense kit Thank you Ah der heilt mich, ned Infector! Scheisse die waren zu vergeud, nein Eimer auf mich, verpiss dich Ah lecker ich mich am Arsch Oh 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 Ich weiss wirklich nicht wie man denn Wenn die anstürmen und man da irgendeine Methode hat dann auch Auszuweichen Was ich sehr dringend bräuchte wäre Munition Wo hat es Munition? Oh 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 Bring them all! Reload! That's it! Badia is down! We're going through! We're behind here! Did you ever see anything like that? Evacuation was the right move. Top them down! Take out the headsman! Get the fuck off me! There's a hideout up ahead! Somebody stop me! I don't know! Irgendetwas sagt mir, ich würde mich besser teilen. Ach du Scheisse, warte mal! Der andere, der läuft einfach gerade raus, ohne da zu helfen. I can't wait for them! Command! Sir! I have plenty more people on this bus! Western gates are undermining and taking a beating. I think... They have a straight shot to the port. I cannot risk it! This is Team 4. We'll defend the Western gate. Just hold! No hold! If that gate falls, I have to leave. Drive, rescue leader! Thank you, Team 4. Do your best! This will be fine. Reloading! He doesn't see any ATV! Who's going to do that!? We'll have to get a turn! We'll halt the new ones to the backend! We'll hang up on the board! We'll catch up on the board! We're at the top! We'll have to catch up on the board! We'll catch up on the board! We'll be at the top of them! We'll be at the top of them! But we'll get a new base! Das ist der, der da einfach vorgerennt ist. Also hier unten in der Ecke war ich noch nie, ich war nur oben durch. Redet er durch das Mikrofon? Oder hört man da irgendeinen Funk? Das ist eine der Garten! Mal schauen, was ich gefunden habe! Das ist eine der Garten! Wir gehen da! Schauen Sie! They'll be here any minute! They left you here alone? We have men defending gate 2 on the other side of the channel. Set up in their parking garage and check in with them. You'll have a clear line of sight for both gates. That's more like it. Ich habe keine Ahnung, wo die angreifen. Ich glaube, man muss das Tor hier beschützen oder so. Gestern haben wir das probiert und das ist grandios gescheitert. Da oben ist eine riesen Kolonne, die da durchfährt. Ist das denn zugeklaube? Ja, da hinten hat er zwei Dokumente. Ich gehe die mal holen. Wo hat er diese Markiere gegeben? Ich glaube, das gibt wahrscheinlich ähnlich wie die Probe einfach mehr Erfahrung oder so. Ich kenne mich hier absolut nicht aus. Ich weiss nur, wenn die hier die Türe einreissen, dann war's es. ųjus Du Scheiss. Ich bin gestern da an dem Tor gestanden. Aber da wusste ich nicht, was ich machen muss. Ach, ein Schlag und ich bin an Bord. Ich glaube, ein Spieler lebt noch da oben. Der hat gerade mit dem Raketenwerfer geschockt. Ah, das ist der nette Spieler. Der hat mich. Scheisse, ich will dich nicht abscheissen. Ich glaube, ich heile mich auch zu besser. Wenn noch mal eine Welle kommt, bin ich wenigstens zu halbwegs. Ach, jetzt kommt auf der Seite nochmal. Haha. Es ist zum Teil nicht normal, was da auf einen zukommt. Wo ist denn das Tor 2? Ich probiere, zu den anderen zu gelangen. Aber ja, das wird noch schwierig. Oh, scheisse! Es ist manchmal bitter, wenn dir jemand gerade rein rennt und du am Ballern bist. Ich sollte vielleicht noch nachladen, oder? Und ich bin nur auf einem Schwierigkeits-Normal. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie auf einem hohen Schwierigkeits-Normal. Also, noch ein kleinerer Power und ein Endgeschiff. Come on! Help me up! I think it's clear! Let's go! I think it's clear! Let's go! I can't get up! Command! Western gates are clear! What are your orders? Let's go! Gut, das war jetzt so eine tägliche Mission irgendwas. Da hat's ja noch Modifikationen drauf und so. Aber die habe ich gestern schon probiert. Und ich stand am Anfang. Ich habe dann gemeint, man muss durch das Tor gehen. Und dann ist die ganze Horde gekommen und habe mich gerade plattgewalzt. Ich hatte keine Chance, da rauszukommen. Ich war irgendwie, keine Ahnung, Level 4 oder so. Also, zumindest habe ich jetzt das erledigt. Das heisst, bei dem bin ich jetzt doch schon fast Level 21 dann, he? Das ist die, die ich vom anderen aufgehoben habe. Okay, das reicht noch nicht. Herausforderung. Drei tägliche Karten. Gibt 1400 Münzen. Ah, Dokumentfragmente habe ich jetzt bekommen. Aber ich weiss nicht, was das bedeutet. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch einen Perk. Beringert den Schaden durch Eigenbeschuss bei den Intimmitgliedern. Röte Munitionsblablabla. Sie beginnen mit S890 Shorty auf dem Sekundär. Sie beginnen mit PDW auf dem Sekundär. Beim Töten eines Spezialzombies besteht die Chance, dass eine Primärwaffe gedrobt wird. Warte mal, S98, ich habe keine Ahnung welche das ist. Das heisst mit der Schrottflinte oder Seniada PDW. Ich habe keine Ahnung welche das ist. Adidas wahrscheinlich... Ah, dann nehme ich... ...dass es lieber die Schrotflinte ist. Oder nicht? Gut 25% mehr Munition. Ich nehme mal die Schrotflinte. Ich meine, wenn ich mit dieser starte... Gut, hier die wöchentliche... Ich schaue jetzt mal... Hat es das zurückgesetzt? Kann man das jetzt da... Also die tägliche... Also die tägliche könnte ich jetzt noch auf schwer abschliessen. Wobei mit der Klasse bin ich jetzt schon ein bisschen hochgelevelt. Auf jeden Fall... Hat das jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Eigentlich wollte ich ja die Geschichte machen. Dann war ich ja mitten in einem Spiel auf Normal. Dann habe ich gesagt, ja komm, dann mache ich noch die tägliche.